Da vorne, er guckt hinter den Bäumen grad. Oh, fuck it. Er hat mich. Fuck it, Tim. La 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 la. Du bist ein Held, dem es gefällt. Wenn er Leute quält, dann ist es zu spät. La 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 la. Und ab, da da. Ich bin so frei. Ich sitze hier und mache nichts, bis du weg bist. Tschüss. Der ist nicht so gut, glaube ich. Gibt Punkte, was soll's. Hier bin ich. Bei dem kann man ein bisschen spielen, das macht Spaß. Allerdings hänge ich gleich dafür wahrscheinlich. Hi, Dude. Soll ich mir mal in die Fresse leuchten von hier oben, wenn er kommt? Ich glaube, das wäre witzig, oder? Wenn er nochmal kommt, mache ich das. Kann der andere mal den Generator machen, der noch übrig ist? Das wäre ganz cool. Ich habe hier so ein bisschen Beschäftigung. Ich bin so ein bisschen busy. Damn it! Du bist hinter mir. Ich weiß von dir. Doch es macht nichts. Ich muss nur gucken, dass ich wegkomme. Ich weiß von dir, du bist hinter mir Das macht so Spaß, ich hüpfe mal rüber Und dann bin ich weg, weil du nicht weißt, wo ich hin bin Tschüss Vielleicht doch Wo ist der Killer? Hallo Da ist ein Fenster, da kannst du reinlaufen Tschüss Oh fuck it Oh fuck it Oh what the fuck Kacke Einmal schnell ums Haus Wie der Nikolaus Einmal Treppe rauft und dann wieder hinaus Aus dem Haus Beim Nikolaus Und wieder rein In das gute Heim Und wieder raus Der Nikolaus, der sitzt drinnen Im Haus Ja, eigentlich schon Aber sag das mal dem Generatortypen Nikolaus Hör auf damit Ich hab keinen Sack Einmal E يع ARD Text im Auftrag von Funk